Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich solche Kartoffelecken im Backofen selber machen und vor allem diese Kartoffelspalten auch knusprig zubereiten kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal benötigen wir ca. 600 Gramm festkochende Kartoffeln und diese schäle ich jetzt mit meinem Sparschäler. Hier erst einmal richtig. Wenn du die Kartoffelecken übrigens mit Schale haben möchtest, dann ist das auch kein Problem. Dann kannst du diesen Schritt mit gutem Gewissen überspringen. Jedoch solltest du darauf achten, dass du solche kleinen Triebe oder auch unschöne Stellen auf jeden Fall wegschneidest. Ich habe meine Kartoffeln trotzdem einmal alle geschält und nun muss ich diese nur noch halbieren und dann einmal in gleich große Spalten schneiden. Hierfür mache ich immer recht gerne erst so einen Schnitt in der Mitte hier rein und dann kann ich das Ganze auch nochmal von hier außen ähnlich wie so eine Melone noch einmal halbieren. Und somit bekommen wir nämlich jetzt auch gleich große Spalten. Die Ecken sind fertig geschnitten, weswegen ich diese jetzt auch noch in ein Sieb hineingebe und das Ganze mal unter fließendem kalten Wasser abwasche. Hierdurch wird jetzt die vorhandene Stärke auf meinen Kartoffeln abgewaschen, die am Ende einfach verhindern würde, dass sie nicht so knusprig werden. Wenn wir das gemacht haben, gebe ich meine Spalten in eine Schüssel bzw. in einen tiefen Teller und jetzt gieße ich das Ganze einmal noch mit heißem Wasser auf, dass danach die Kartoffelspalten auch mit dem heißen Wasser schön bedeckt sind. Das hat jetzt einfach noch den Sinn, dass sie im Nachhinein durch die verstärkte Kartoffelstruktur noch einmal knuspiger werden. Nach zehn Minuten habe ich das Wasser jetzt wieder abgegossen und nun schütte ich mal meine Spalten hier auf ein sauberes, vor allem noch trockenes Küchentuch. Und dieses kann ich jetzt nämlich auch noch schön einwickeln, dass ich hier drinnen meine Kartoffelspalten auch ordentlich abtrockne. Wenn sie dann ordentlich abgetrocknet sind, dann gebe ich sie mal wieder in eine Schüssel hinein. Hier kann ich jetzt nämlich das Ganze auch noch schön würzen. Ich habe hierfür einmal einen Teelöffel Salz mir bereitgelegt, außerdem ein Esslöffel an Rapsöl bzw. auch Sonnenblumenöl. Das ist hier vollkommen egal. Wichtig ist nur, es sollte ein neutrales Öl sein und danach Belieben kann man auch noch etwas Paprikapulver hinzugeben. Das mache ich immer relativ gerne. Danach natürlich nicht vergessen, dass wir es auch noch schön vermischen sollten. Als nächstes gebe ich meine Kartoffelecken jetzt mal auf ein Backblech, was ich davor mit Backpapier ausgelegt habe. Dann muss ich das Ganze wirklich schön verteilen, dass sie sich nicht irgendwie berühren. Das ist wichtig, dass die Hitze von allen Seiten hinkommt. Und was auch noch wichtig zu sagen ist, wir sollten sie auf jeden Fall immer auf eine Seite legen, wo wir das Ganze auch schon vorhin schön geschnitten haben. Also so wie es bei mir jetzt ausschaut. Jetzt habe ich genug vorbereitet. Ich gebe erstmal mein Backblech hier auf die mittlere Schiene, schließe meinen Backofener und danach stelle ich ihn bei mir mal auf Ober- und Unterhitze. Das Ganze auf 220 Grad ungefähr. Und wenn du übrigens Umluft verwendest, dann reichen hier auch vollkommen 200 Grad aus. Knapp 20 Minuten sind um, jetzt habe ich mal mein Backblech aus meinem Ofen rausgenommen und nun am besten mal eine Zange oder zum Beispiel mit zwei Gabeln hier jede einzelne Kartoffelecke nehmen und einmal umdrehen, um einfach am Ende das perfekte Ergebnis zu erhalten. Alle Spalten sind umgedreht, jetzt kommt das Ganze wieder in eine mittlere Schiene hinein. Der Ofen wird natürlich auch wieder sofort zugemacht. Und nun lasse ich mal die Spalten noch so für circa 20 Minuten hier drinnen schön goldbraun werden. Wichtig ist, die Zeit kann bei dir natürlich auch ein bisschen variieren, je nachdem wie dick deine Spalten hier drinnen sind, ob du deinen Ofen zum Beispiel auch vorgeheizt hast oder was für ein Ofenmodell du allgemein hast. Deswegen am besten auch mal mit die Augen immer mal wieder reinschauen, bis das Ganze wirklich, wie gesagt, schön goldbraun ist. Gut 40 Minuten sind rum und jetzt schauen wir uns das Ergebnis mal an. Also vom Optischen her sehr schön, ganz goldbraun, so wie wir es auch haben wollten. Und jetzt machen wir mal noch den Test, ob es auch knusprig geworden ist. Ich probiere dieses also mal. Ich hoffe, man kann es im Mikrofon hören. Es ist auf jeden Fall knusprig, so wie wir es auch haben wollten. Und somit haben wir unsere Kartoffelecken hier jetzt auch schon selber gemacht und sie schmecken wirklich sehr, sehr gut. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so ein scharfes Küchenmesser, ein Sparschäler, ein Sieb oder auch ein Schneidebrett zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenhersteller zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra im Geschäft viel, viel fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach hier unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.